Ja, mach kein Wolke, ja, ja, und die Moralgeschicht, Eber Eierhoffnicht. Siehe da, man glaubt's kaum, ein schöner Mann im Trettenraum. Ein Jack, 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 Jack. Siehe da, man glaubt's kaum, ein schöner Mann im Trettenraum. Die Moralgeschicht, Eber Eierhoffnicht. Ich bin kein Licht, darum lauf ich euch nicht. Das ist hier kein eineinhalb Stunden, denn ich bin hier der Kunde, der euch überrascht macht und bei euch dabei so ein Spagat macht. Die normale Geschichte, was euch schon mal erzählt, das will ich euch jetzt nicht. Warum sag ich dir, Vladimir, Dulimir, nicht hier, ich bin hier, was ich sage hier, das ist so diesmal mir, ganze Rebatte. Ja, sonst schicke ich dich auf die Matte. Fichticht, dichtgericht, ist das hier in Sicht, wo ist ein Fichtgericht? Ja, mach mal ein Mütze, Glaser, Mütze, Glaser, Mütze, Glaser. Genau, okay, dichter. Das ist dichtgericht, dichtgericht, dichtgericht. Okay, jetzt soll ich sein, also hab ich gesagt, nee, schlau, 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 schlau. Der hat Ulzen und seine Mütze. Ja. Bin ich, aber bin ich nicht. So, das machen wir mal kurz vor Amker. Hier sind auch, ja, jetzt sehe ich diese Pütze. Das vergleiche ich mit meiner Mütze. Ja. Man nennt mich auch Max Mützke. Der Großcousin von Max Mützke. Und jetzt waren sie zu sehen, mich im Helden. Oh Gott. Lachen wir. Jetzt ist es gleich. Offenbar sicher. Ankerjörg. Und Kolibri Ramona. Und hier habt ihr gesagt, ich bin nicht ausgerüstet für das Wetter. Haha, das kommt ja immer Wetter. Als wenn ich hier nicht ausgerüstet wäre, für das Wetter hier. Man sieht sich im Licht. Licht? Doch. Und auf einmal wieder nicht. Boah, wir wollen leider nicht ausgerüstet werden. Ich meine, naja, ich hab's ausgerüstet. Es tut mir leid, wenn alles falsch gekommen ist. Heute kommt mal, weißt du, da kommt mal reingefangen. Ne, gehen wir mal los in die kleinen Pfütze und gucken, was du, äh, was überlebt. Weshalb auch hier, professionelle, die Acker, äh, Berufs-Freizeit-Mütze. Die Acker-Herzes-Mütze. Ja, die Anti-Freizeit-Sprima-Nacht-Acker-Mütze. Ich hab ja wirklich gesehen. Bin ja, äh, in der Acker-Zeit los. Bin ja, äh, in der Acker-Zeit los. Bin ja gar nicht, könnte ich runter. Wir gehen schon einfach los. Einmal gehen, ne? Und rufe ich einfach aus. Und, auf das, auf das, auf das, auf das, auf das, auf das. Oder, äh, ne, könnte ich dann auch nicht, äh, was schon. Ab zu heute gehen, einfach ein Jahr. Ja, weiß nicht. Also, da haben wir mich nicht voll, ey. Boah, ey. Bin ich auch gleich mal an dir, kein... Ich weiß nicht, dass... Oh Gott, ey. Bei uns ist's gut. Aber es ist kneterig und verfeinig. Bei uns ist's gut aus. Kneterig und verfeinig. Sorgen, äh, gerenzt und geschränzt. Und Klipp und auf.